Langsam kehrt das Leben in die Innenstädte zurück. Die Läden dürfen wieder öffnen, wie hier in Frankenberg in der Fußgängerzone. Trotzdem blieb der große Ansturm aus. Es war auch noch früh am Morgen, 10 Uhr. Wenig Kunden, die die Fußgängerzone in Frankenberg besuchen. Aber in den Straßen wieder die Auslagen. Ein bisschen Normalität in diesen Corona-Zeiten. Manpresse Bacchan. Heinse em thinking Louis Ere Louise. weapein get shut. Hisvre route, land zuerst öffnen. Von bis zum derầachen Rentensatz. Auch in der Kreisstadt Korbach liet sich der Publikumsverkehr in Grenzen. Hier das bekannte Loch und hier ein Blick zur Kilianskirche. Aber es wird wieder bunt in den Fußgängerzonen. Die Imbisse haben geöffnet für Essen zum Mitnehmen. Aber man ist noch weit entfernt von Normalität. Bis zum nächsten Mal.